Servus liebe Leute Heute gönnen wir uns mal eine kostenlose Magietruhe, nicht mehr, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, deshalb wird die Folge nicht so lang werden. Natürlich würde es jetzt einfach nur als zusätzlicher Upload kommen, zu einem anderen Video, vielleicht von meinem Bruder oder ein anderes Video von mir, damit es nicht ganz so wenig ist. Aber ich kann jetzt wirklich nicht ganz so viel labern, was natürlich richtig schade ist, weil ich das gerne machen würde. Naja, sei es drum, wir gönnen uns jetzt erstmal die zwei Gratis-Thruhen und die Magical Chest. Feuergeist, ja, Feuergeist, Snafid Cats, brauche ich keiner. Gold, Bomb Tower, Pfeile, naja. Was ist jetzt eigentlich alles in so einer Magical Chest drin? Muss ich nochmal gucken. Zwei epische, ja, das ist eigentlich gar nicht mal so gut. Gar nicht mal so gut, aber kostenlos nehmen wir die doch gerne mit. Und 521, vielleicht bekommen wir ja die Wächter, das wäre richtig geil. Riese, oh Gott, viermal der Inferno. Fireball, achtmal. 67 mal die Feuergeist und dreimal den Golem, den können wir jetzt auf 3 machen, ist in Ordnung. Ist echt in Ordnung, wie viel kostet der auf 3000 oder 2000, okay. Golem auf 3 kostet 2000. Ja, ist in Ordnung, Feuergeist, den können wir auch upgraden. Für 1000 auf 7, brauchen wir jetzt aber nicht machen. Hätte auf jeden Fall lieber hier die Wächter gehabt. Hier, die Wächter wären geil gewesen. Oder halt eine legendäre, aber schade, beim nächsten Mal vielleicht. Und ich würde sagen, man sieht sich bei einer weiteren Folge Let's Play Clash. Also, jungs, haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.